Ja hallo meine Freunde, ich bin's wie im Heuer Gunshot und ich heiße euch herzlich willkommen. Es ist schon etwas spät, aber das soll mich nicht abhalten davon, etwas aufzunehmen. Und zwar, wie ihr schon richtig sehen könnt, The Walking Dead und zwar The Telltale Stories. Und warum? Ja, ich warte ja im Endeffekt noch auf Escape from Tarkov, dass ich da aufnehmen darf etc. Und hatte Bock auf ein Spiel mit richtig guter Story und auch dieses Spiel wurde mir empfohlen. Und ich mag The Walking Dead ja eh. Und ich dachte, weil ich hierzu noch nichts Gespoilertes gesehen habe, einfach total geil, dachte ich mir, zockst du mal an und ich nehme euch dann natürlich wieder mit. Und deswegen habe ich natürlich erstmal einen Episoden-Status. Gucken wir nach, ich habe alles. Ich habe die Spezial 400-Tage-Version und da ist alles drin. Damit wir auch alles mitbekommen und natürlich dann noch Season 2, Season 3. Ich möchte mal gucken, ob mich das Spiel vielleicht umhaut. Und ja, wenn ihr mit dabei sein wollt, meine Freunde, dann schaut einfach weiter, denn wir beginnen jetzt. Bing! Ich wollte glaube ich die Maus-Steuerung. So, was? Wähle einen Anzeigemodus aus. Standard. Mehr Hilfe von der Benutzeroberfläche und Feedback bei wichtigen Entscheidungen. Minimal der Hilfestellung und Wahlmitteilung auf der Benutzeroberfläche. Und wir nehmen mal Standard, ne? Episode 1. Ein neuer Tag. Spiel. Diese Spielreihe passt sich den von dir getroffenen Entscheidungen an. Telltale Games präsentiert. Ja gut, lesen könnt ihr auch selber, ne? . Ja gut, ich sch visual지cke mir dabei. Musik. Klautagen. Warum sagst du das? Du weißt, dass man so über die... Ich habe ein paar Leute gefahren in diese Präsenz. Wer weiß, wie viele. Normalerweise jetzt bin ich... Ich habe das nicht gemacht. Every time? Every time. Ich folgte dir ein bisschen ein bisschen. Du bist ein Macon-Boy und alles. Stimmt, ist das Macon? Du hast da seine Meinung. Was meinst du? Du bist aus Macon, dann? Ja. Ich kam nach Atlanta, um ein Stadtkopf zu sein in den 70ern. Ich wollte immer ein Mörder-Case arbeiten. Wie das sanatorische Messen, du hast dich selbst verabschiedet. Mit all due Respekt. Ein echtes Schmerz, das ist. Ja. Die ganze Familie war die Regulärer in deinem Folk-Drugstor, gerade in der Stadt. Still da? Ja. Gut. Gut. Ich habe ein Freund hier in der UGA. Du studierst da lange? Ich gehe nach 6 Jahren. Du kennst deine Frau in Athens? Du willst wissen, wie ich es sehe? Du okay? Jäu? Ich hab eine Menge Garten? Ich habe es nicht. D Hauptsache, es könnte nur du verabschiedetst das falsch. Nichts? Bäh! Die Störer-Klocken hier. Das ist gut. Also, wenn er aufhörst und nicht alle seine Möglichkeiten hat, er beginnt zu kreieren für seine Mutter. Mutter, das ist alles ein großer Fehler. Das war nicht ich. Oh Mann, der kann nicht so gut gehen. Na gut, Blabbermouth. Ich erzähle euch etwas. Sie haben ihn verletzt, schraubt seine Frau, schraubt sie als die Jungs durch die Tür kam. Er sitzt in meinem Auto, schraubt, schraubt, dass es nicht er war. Ich glaube, er hat es sich selbst glaubt. Es geht um zu zeigen. Die Leute werden verrückt, wenn sie glauben, dass ihre Leben vorbei ist. Ich habe noch einen guten für euch. Dieser ist ein bisschen weniger depressiv und ein bisschen mehr lustig, wenn ich so sage. Diese andere Zeit... Wollt, wie schnell musst du mal reagieren? Erium schraubt. Erhärt euch. Die bin dann. Die bin dann. Der fahrzeug muss auf deiner Hubschraubt werden. Der fahrzeug muss auf die Filme rein. Ja, der fahrzeug muss. Der fahrzeug muss auf Arbeit sein. Hat er noch nicht so aussehen... Oh, shit. Thirsty. Fuck. My leg. Ah, ich kann mich jetzt hier komplett umschauen. Oh, ist hier, ja, ja. Oh, scheiße. Nimm die Knarre mit. Ey. Weißer, du... Ja, die Patronen liegen hier bestimmt auch um. Gewehrpatrone, liegen die Schlüssel hier rum, oder hat er die dabei? Da sind die Schlüssel. Oh, was? Ähm... Oh, oh. Der verwendet sich sonst gleich. Oh, oh, scheiße. Hallo? Hallo? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Fahr zurück! Oh! Typ! Nimm dir die Patrone und... Und die Knarre, Mann! Nimm das Ding! Nimm die Patrone! Alter, willst du mich verkack-eiern? Nimm die Patrone! Meine Güte, mach es doch nicht so dramatisch. Typ... Mann! this gets all rotten and he smells like shit! what the hell is this? Are you dead? Hey! Are you dead? Ich denke, nachdem wir ihm eine Schrotladung in den Kopf gejagt haben, dürfte er tot sein. Irgendwas muss ich jetzt noch sehen. Irgendwie. Na, na. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Oh nein, bitte nicht noch mehr. Oh mein Gott. Oh scheiße. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. I trust you. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich dachte, ich kann hier vielleicht noch was sehen. Glaszieher. Wunder für die Berichtshof aber ich auch nicht voreingang nehmen bei der die Lohau auf Kamin Aber ich scheint schon einer von denen drin zu sein. Es ist nicht das Schlauste mir zuerst die Fruchtschale anzugucken, aber... Da hat jemand Hunger, Durst und alles andere auch noch. Eine Nachricht. Das ist ein Malbuch. Gut, dazu gibt es nichts zu sagen. Da ist das Telefon. Er ruft uns an. Vielleicht ist es da etwas drin. 3 neue Messungen. Messer 1. 5.43 Uhr. Hey Sandra, das ist Diana. Wir sind noch in Savannah. Ed hatte ein bisschen mit einem verrückten Mann mit einem verrückten Mann, so wir mussten ihn zurück nach dem E.R. und haben ihn checked. Anyway, er ist nicht gut genug zu fahren, so wir bleiben noch ein extra Tag. Danke sehr für mich nach Clementine. Und ich promise, wir sind zurück in Zeit, bevor Ihr Spring Break. Message 2. Left at 11.19 Uhr. Oh mein Gott, endlich. Ich weiß nicht, ob Sie versucht uns zu treffen. All die Telefonen sind geöffnet. Sie müssen uns nicht nachdenken, oder was uns über Atlanta sagen. Bitte, bitte, dann schau die Stadt und zurück nach mir in die Stadt. Ich muss zurück nach dem Hospital. Bitte, dass ich mich wissen, dass Sie sicher sind. Message 3. 06.51 Uhr. Clementine, Baby. Wenn Sie das hören können, dann schau die Polizei. Das ist 9-1-1. Wir lieben Sie. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Daddy? Die hängt hier bestimmt irgendwo im Schrank. Ach da, hier sind Fußspuren. Oh, walkie-talkie. Das könnte nützlich sein. Hallo? You need to be quiet. Ach was. Sie hat über das walkie-talkie gesprochen. Are you okay? I'm okay. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. You are still. How old are you? Eight. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, uh, 37. Okay. What's your name? I'm Clementine. I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside of my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. That's smart. Oh, dude. Come on. Give me the hammer. Oh, dude. Oh, man. Oh, God. Hi there. Did you kill it? I don't know. Ich denke so. Manchmal kommen sie zurück. Hast du einen tönt? Nein, aber sie werden oft getötet. Du hast alles selbst durch das? Ja, ich möchte meine Eltern nach Hause kommen. Ich denke, das wird ein bisschen Zeit. Oh. Ich weiß nicht, was passiert. Aber ich werde nach dir nach dir schauen. Was müssen wir jetzt tun? Hier, was machen wir? Oh, ab hier, wenn die Sonne untergeht. Ja, bevor es dunkel wird, man... Wir müssen Hilfe finden, bevor es dunkel wird. Ja, es ist nicht sicher am Abend. Lass uns doch nochmal reingehen. Denn vielleicht ist da noch irgendwas anderes, was wir brauchen können. Tür zugemacht. Ich will da nochmal rein. Kann ich da nochmal rein? Jetzt kann ich da nicht mehr rein. Ich will da nochmal rein. Ich kann da nicht mehr rein. Mann. Vielleicht wäre da was zum Verbinden gewesen oder so. Moment, da ist das Mensch. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob wir mit denen Kontakt aufnehmen sollten, aber was bleibt mir anderes übrig. Was ist das Problem? Ich muss mich bleiben? Was? Ich will nicht in der Trehehaus in der Nacht, aber ich weiß nicht, ob ich sollte weg. Was ist das, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht verlassen. Das ist eine gute Idee. Hey Mann! Holy shit! Don't eat us! Wir werden dich nicht verletzt. Ja. Ich dachte für einen Moment, du und der kleine Junge, wir beide geben uns den Chomp. Wir brauchen Hilfe. Wir versuchen, hier rauszukommen? Wir versuchen, hier rauszukommen? Denn du solltest du sein. Die Dinge sind überall auf dem ganzen Ort. Ich habe nichts wie das Gnäuble als dieses Gnäuble aus, seit der Untertitel von Atlanta, 15 Kilometer zurück. Ich bin Sean. Sean Green. Lee. Das ist Clementine. Ich bin Chet. Wir müssen nicht in der Öffentlichkeit sein, wie das. Wie solltest du uns helfen, uns zu entfernen, und wir nehmen dich und deine Frau aus hier und nach meiner Familie. Es sollte sicher sein, da. Ich bin kein Vater. Ich bin... Ein Nachbar. Ihr Eltern sind aus dem Land. Wir gehen. Wir bleiben. Zu lange Zeit, ist ein Fehler. Was willst du machen? Ich... Der Monster ist gekommen. Wir müssen gehen. Weg, schnell. Los geht's. We need those guys neighbors, too.